In letzter Zeit sagte mir mal ein Arzt, also ohne Kenntnisse in der Physik würde er völlig im Dunkeln tappen. Und das hat mich angeregt, diese Playlist anzufertigen, medizinische Physik. Es geht also um Zusammenhänge zur Medizin von Mechanik oder Elektrizitätslehre oder Optik, Atomphysik und so weiter und so fort. Es werden in den Videos viele vertiefende Links erscheinen und zwar hier oben. Schaut mal, am besten, ich mache jetzt mal hier spaßenshalber einen Link, warum Mathe so leicht ist, also warum es leicht zu verstehen ist. Ihr klickt da drauf und wenn ihr da drauf klickt und dieses Video startet, hält dieses Video hier an. Das wird in allen Videos immer so sein, sodass ihr dann nicht Angst haben müsst, den Faden zu verlieren. An jedem Videoende gibt es ebenfalls Links, also die erscheinen dann hier immer so, kennt ihr vielleicht von anderen Videos. Beispielsweise zum nächsten Thema, beziehungsweise zu dieser Playlist hier oder zu anderen Zusammenhängen. Und, oder sage ich. Na denn, viel Freude beim Verstehen!